Jo, hallo, ähm, ja, hier bin ich wieder. Ihr habt ja letztens von meinem Problem schon gehört, von diesem, ja, wie soll ich nennen, Oster-Eier-Problem. Äh, ich hab jetzt im Forum geschaut, also da stand nix von dieser merkwürdigen Quest, aber, oh, sorry, ich lad grad mein anderer Teil hoch, also wundert euch nicht, wenn nachher so ne Meldung, ähm, kommt so von Windows Movie Maker, ja, ich benutze Windows Movie Maker, ein Problem damit, oder was? Ja, äh, das da kommt, Online-Einzeigen oder so, oder Film hochgeladen, also wundert euch bitte nicht, äh, ja, zurück. Ich war im Forum, hab mich da mal ein bisschen umgehört, also zu dieser Quest stand nix, aber es stand, dass ein Ei bei diesem Herrenhaus in Trainor versteckt ist, wo wir die Quest ernst das Huhn gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon die Let's Place gemacht hab, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall hab ich da eine Quest gemacht, und da, aber ich geh grad gar nicht hin, ich bin voll falsch. Auf jeden Fall da ist, äh, das, ein Ei, ich schau mal, ob ich jetzt das zerstören kann, vielleicht muss man das einfach nur, dass, wo ich den Tipp gekriegt hab, einfach am Ende machen. Das könnte doch gut sein, dass das so ist, ne, so, ich bin jetzt gleich hier beim Herrenhaus, bin ich gleich da, so, also wie schon gesagt, nachher kommen wahrscheinlich diese Meldung, Film ist hochgeladen oder so, ne, also nicht überrascht sein, ne. Das ist halt scheiße, ich muss jetzt, ich tue jetzt halt, äh, ganz viele, zu Ostern noch ganz viele Let's Plays machen, dass ich vielleicht noch die Ostereier finde. So, what's this? Also, hier soll ja angeblich irgendwo ein Ei sein, ne. So, die Wachen lassen nicht durch. Hier, was greift mich, was ich wieder so ein Sto, dummer Baumann, ne. Wetten, da hinten, da ist doch einer, der greift mich, ich werde gleich wieder an, ne. Oder, ne, irgendwo auf dem Grundstück ist da, glaubt, einer. Ich hoffe, ich finde, das, also ich weiß jetzt nicht, ob das draußen oder drinnen ist, muss mal gucken, ne. Ja, da war der Baum, der hat zugeschlagen, du. So, äh, ja, jetzt muss ich dieses verflixte Ei finden. Ha, super, ich freue mich. Ha, ha. Ich gehe mal hier hoch oben und schau mal, ne. Ich glaube, hier ist es nicht, ne. Ne. Super, vielleicht ist es hier, ne, sieht auch nicht da noch aus, ja. Ich tippe mal, es muss es eigentlich sein, dass es trösten ist, ne. So. Ich steige hier nochmal die Leiter hoch. Ein letzter Versuch, nein, da ist es auch nicht. Ach, fick. Naja, ich gehe mal in den Garten nochmal und schau mal, ob dort die, das Ei ist, hier, da muss ich da hinten rausgehen, weil die Tür sich, ah, ja, 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 ich kann ja noch in den Keller gehen und da noch schauen. Vielleicht hat der Vampir ja das Oster. So, da ist wieder der dumme Stuhl, ey. Ah, ja, 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 ja. Ne, da liegt auch kein Oster, nur Totenköpfe. Was ist da drin eigentlich? Das Skelett. Kann man die Tür öffnen? Komm. Ja, damit habe ich. Damit habe ich schon gerechnet, dass man das nicht kann. Mach ich auch nicht, ist es für irgendeine Quest. Ja, davon gehe ich mal aus. So. Boah, irgendwo muss doch jedes Oster sein, ne. Also, ich hoffe mal, dass ich noch in diesen Let's Plays hier das Ostereier noch finde. Ich habe natürlich nicht die ganze Osterzeit, das ist ja so, Familie und so, muss man ja noch machen, ne. Ist halt so, ja. Vielleicht finde ich aber noch die Ostereier. Nein. Äh, 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 keine Ostereier, ja. Keine Ostereier, du. Das gibt's doch gar nicht. Oh, 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 oh. Ich glaub, da hinten ist ein Osterei, ne? Oder was soll der Punkt da darstellen? ist dahinten ein osterei könnte es leicht nein ich glaube nicht hier ist doch kein osterei was labert der nein hier ist kein osterei also wenn ich das mal so ausdrücken darf das war ein griff in die Scheiße ich komme in die Scheiße in der Scheiß Quest nicht weiter ich konnte ja wie es hat du mal bohme Tricks wohl mehr ich bin gespannt an diese Meldung kommt dass man Film jetzt hochgeladen ist ja super wenn ich keine Dinge finde ja klasse richtig geil richtig geil ich gehe mal da vielleicht ist es auch irgendwie da oder so vielleicht war das auch einfach nur für die Mitgliedswelt weil nur members können glaube ich in dem Forum was schreien vielleicht war es einfach nur für ist einfach nur so in der Mikro in der Mikrowellen in der memberwelt so ne das könnte doch sein oder etwa nicht doch doch ich frag mich echt warum ich nicht diese motherfucking eier aufheben kann ja das hasse ich ich hasse es das regt ist auch wenn ich wieder da bei dem Turm der Magie ja da kann ich doch mal vorbei und das wäre doch mal ein interessantes versteckt für die Osterei oder das wäre doch mal also wenn ich habe wenn ich programmierer wäre dann würde ich es vielleicht schon ich frage mal die tippen hier haben die schon eine Osterwüste ich glaube jetzt schon stehen scheiß drauf hier wo die Osterei sind vielleicht wissen es habe ich glaube die haben die Kärs noch gar nicht angefangen weil jeder der irgendwie die Kärs eingefangen haben haben irgendwie so ein Eidingen Eischießer wo bekommt man wo bekommt man ohne Essenz her dann sag ich es dir ja sagt mir Jahr kann ja gekarrt jetzt kommt sag's mir doch mal ص da in der Sachsen ist es nicht Achso schreibt der Typ sind jetzt Minden im Baum ja ich will ich gucke mal auf die große Karte ja große Karte ich will wissen wo dieses Erdschel ist ich hab's jetzt nicht genau im Kopf äh ich will 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 äh scheiße ich guck das ganze äh ne das ist eine Nähe von der Markthalle wie müsste ich ja ich bin ganz woanders ne oder ahaha scheiße ich bin ganz woanders ganz woanders ey ja jetzt muss ich da hinlatschen ey wie so ein betrunkener Dackel Gott ey ich hasse es die Folge ist gleich zu Ende ich glaube wir schauen das hier nicht mal mehr nach Ed will zu kommen ähm ja ich muss mal gucken also er sagte hinter nem Baum ja ziemlich ausführlich diese Beschreibung ne so die müssten ja dann irgendwo in Edgill sein ey da bin ich mal gespannt wo ne ja ich hoffe ich kann die dann überhaupt aufheben ne 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 Gott ey naja egal halt stopp naja ich hoffe ich könnte sie da aufnehmen auf ich könnte ich hoffe ich könnte sie dann zu Schokolade machen da so ich tue lieber diesen Schokoladenriegel da unterstützen als so ein Huhn ne auch schon wieder ne ja 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 also ich hoffe dass ich lieber dieses ich will dann lieber dieses Schokoladenteil da unterstützen anstatt dem Huhn das wirkt auf mich irgendwie vertrauenserregender ne hahaha komm vielleicht schaffe ich es in dieser Folge noch ähm hinzukommen ja okay jetzt ist meine Laufenergie da zu Ende das ist natürlich auch passend jo so ja ich würde mal sagen ich beende jetzt die Folge schaltet nächstes mal wieder ein wenn ich es vielleicht klick vielleicht aber auch nicht ja dann bis zur nächsten Folge Ciao